In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich dir zeigen, wie du mithilfe von Reflect Feedback deiner Schülerinnen und Schüler erhalten kannst. Ich befinde mich hier in Teams in meinem Schulungsteam Crashkurs. Um das Feedback zu erhalten, klicke ich nun auf Neue Unterhaltung. Hier unten siehst du verschiedene Elemente, die du der Unterhaltung hinzufügen kannst, unter anderem hier das Reflect Symbol. Sollte dieses Reflect Symbol bei dir nicht erscheinen, kannst du es über das Drei-Punkte-Menü und die Suche hinzufügen. Da es bei mir aber schon vorhanden ist, klicke ich nun auf Reflect. Ich muss noch einmal bestätigen, dass diese App hier in diesem Team hinzugefügt wird und schon bin ich startklar. Es gibt hier verschiedene Arten von Fragen. Eine Kategorie Persönliches und Soziales, Lernen und Ziele und Absichten. Du kannst nun eine der vordefinierten Fragen auswählen. Beispielsweise, wie beurteilen Sie Ihre Fortschritte in diesem Kurs? Die Frage ist nun ausgewählt. Als nächstes kann ich den Datenschutz festlegen. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder Lehrkräfte sehen Namen von Lernenden und Überlegungen, andere Lernende sehen Überlegungen, aber keine Namen. Oder Lehrkräfte sehen Namen von Lernenden und Überlegungen, andere Lernende sehen nichts. Ich wähle hier die erste Option. Das bedeutet, die Mitschülerinnen und Mitschüler sehen sehr wohl, wie viele Personen beispielsweise einen roten Smiley gewählt haben, sehen aber keine zugeordneten Namen. Dann kann ich hier nun noch die Dauer festlegen. Beginnend bei 5 Minuten bis zu einer Woche. Ich wähle hier einmal 8 Stunden. Und schon ist diese Reflect-Umfrage fertiggestellt und ich kann auf Senden klicken. Die Umfrage wird nun hier bei den Beiträgen eingeblendet und deine Schülerinnen und Schüler können das jeweilige Symbol auswählen, das zur Frage passt. Ich zeige dir nun, wie das Ganze aus Schülerinnen-Sicht aussieht. Nun bin ich hier als Testschüler angemeldet und sehe, dass mein Lehrer oder meine Lehrerin eine neue Umfrage gepostet hat. Ich kann nun also meinen Fortschritt in diesem Kurs beurteilen. Ich wähle hier diesen Smiley. Es öffnet sich nun noch ein Zusatzmenü und hier kann ich nun noch ein passendes Wort auswählen, das dem Gefühl zur Frage entsprechen würde. Beispielsweise, ich fühle mich optimistisch oder ich fühle mich inspiriert. Ich kann mich natürlich auch aufgeregt fühlen oder beispielsweise auch friedlich. Die Monster sollen deinen Schülerinnen und Schülern dabei helfen, das Gefühl besser zuordnen zu können. Ich wähle hier nun Stolz und klicke auf Absenden. Deine Schülerinnen und Schüler müssen hier nichts auswählen. Sie können auch, ohne ein Wort auszuwählen, auf Absenden klicken. Ich klicke nun auf Absenden. Ich bekomme noch eine Übersicht, könnte mit dem Zurück-Button noch das Gefühl ändern und klicke nun noch auf Schließen. Und schon habe ich nun diese Umfrage beantwortet. Ich befinde mich nun wieder in der Lehreransicht und kann mit einem Klick auf Erkunden die Antworten meiner Schülerinnen und Schüler begutachten. Ich sehe hier, mein Testschüler hat bereits eine Antwort abgegeben, meine beiden anderen Schüler noch nicht. Mit einem Klick auf Testschüler sehe ich nun, der Testschüler hat die Emotion stolz zugeordnet. Mit einem Klick auf Zurück komme ich wieder zur Gesamtübersicht. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video einen Einblick geben, wie du mit Reflect mit deinen Schülerinnen und Schülern in Kontakt bleiben kannst, auch wenn diese nicht in der Schule in Präsent sind, beispielsweise weil eine Klasse im Distance Learning ist oder weil einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Sammeln von Erfahrungen mit Reflect.